Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Elex. Ich habe gespeichert und klaue jetzt. Und werde mal schauen. Und keiner sagt was. Wirklich keiner sagt was. Ich kann hier also wohl nehmen, was ich möchte. Was ich sehr interessant finde. Hallo. Was ich wirklich sehr interessant finde. Weil gerade hier, wo ja hier dieses, ich sag mal, Königshaus ist, hätte ich ja echt damit gerechnet, dass ja hier alles verboten ist. Aber man kann hier alles anfassen. Man kann hier alles machen. Ist gut. Ich finde es schön. Geht es da hin? Ihr seht schon, ey, das ist hier so viel. Wo hast du denn dein Schwert? Sieht hier gerade aus wie bei Game of Thrones, ey. Ich will nur die Schwerter. Wo hat der denn sein Schwert? Soll ich ihm das... Ich finde sein Schwert nicht. Soll ich ihm das vielleicht einfach mal erzählen? Ich war ja jetzt gerade überall und sein Schwert ist ja wirklich nicht hier. Ich erzähle ihm das einfach mal. Was meine Unterstützung angeht. Jemand will dir dein Schwert stehlen. Unmöglich. Wer auch immer die Hand an meine Waffen legt, dessen Kopf rollt. Und falls du vom Schwert unseres Ahnenvaters Erik Eisenfaust redest, das ist sicher verwahrt. Bist du dir sicher? Natürlich. Ich habe mich selbst darum gekümmert. Nicht einmal die Outlaws wären so dumm, es zu versuchen. Aber wo? Ich habe es nicht gefunden. Das ist nirgendwo oben. Das könnte in einem abgesperrten Raum sein. Was haben wir hier für einen Ort? Ich denke mal, das ist die Außenwelt. Oh, ich dachte schon. Also das mit den... Hier mit den Dingens, mit den Sprinten, da muss ich mich noch dran gewöhnen, dass man das hier so runterdrückt. Das ist echt unangenehm. Ist ja gut, ich gehe ja schon raus. Ich gucke schon. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Hallo? Leute, ist gut. Ist gut. Da ist das Schwert. Da ist mit Sicherheit das Schwert drin. Da ist das Schwert drin. Ja, ich stehe hier nur. Hallo. Ich stehe hier einfach nur so rum. Da ist das Schwert. Vielleicht. Vielleicht nicht. Ich stehe hier nicht. Nee. Kriegt man nicht hin. Vielleicht ganz oben auf dem Dach? Mal gucken, was wir da haben. Wenn das jetzt hier oben ist, dann lache ich mich kaputt. Selbstmord, okay. ist nicht gerade was Hübsches. Ähm. So. Na, 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 na. Hätte ich denn hier auch hochgekommen? Scheinbar. Aber nicht komplett hier hoch. Wo könnte der denn sein beschissenes Schwert gelagert haben, ey? Ich gebe es gleich auf. Ich gebe es gleich auf. Ah. Warte mal, da oben haben wir da noch so einen U-Bahn-Tunnel. Wir haben da noch so ein... Oh, ich bin... Oh, ich bin in so einer... Dingenshütte. Wir haben hier da noch so ein U-Bahn-Ding. Genau. Das ist ein Tiefer. Was war das denn für ein Vieh? So, vielleicht ist das ja da drin. Und wenn das da nicht drin ist, dann gebe ich auf. Da drin ist schon wieder alles verboten. Ich gucke mal so rein. Da ist auch nichts Wichtiges drin, ne? Hm. Vielleicht mal gleich in den Briefen lesen. Ob da beschrieben steht, wo er sein Schwert hat. Wie sieht's aus, Flüchtling? Du findest dich offensichtlich schon gut zurecht. Brauchst du meine Hilfe? Was hast du anzubieten? Wir können voneinander profitieren. Ich habe einen ziemlich miesen Auftrag von Warlord Ragnar erhalten. Ein Mord ist hier geschehen. Und mir hat Ragnar aufgebrummt, den Mörder zu finden. Und du willst, dass ich dir bei deiner Mördersuche helfe? Eine Hand wäscht die andere. Wer wurde ermordet? Warlord Ragnar vermutet, dass es einer aus Goliath war. Warlord Ragnar vermutet, dass es einer aus Goliath war. Und wenn das so ist, dann muss es jemand sein, der sich außerhalb der Stadt gut auskennt. Für Ragnar kommen da nur fünf Kandidaten in Frage. Er schrieb sie mir auf eine Liste. Keine Ahnung, warum gerade diese fünf. Ragnar wird seine Gründe dafür haben. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Warum willst du unbedingt meine Hilfe? Du bist für sie ein Fremder. Dir werden sie zuhören. Was ist das denn für eine Logik? In Goliath traut im Moment niemand dem anderen. Darum fürchte ich, werden sie erst gar nicht mit mir reden. Du bist jemand von draußen. Ein neutraler Beobachter, wenn man so will. Dir werden sie die Wahrheit sagen. Ist das der Grund, warum du mir bei der Observierungsstation in den Bergen geholfen hast? Weil du ohne mich diesen Fall nie gelöst bekommst. Hm, kann schon sein. Ich finde den Mörder. Das hört sich sehr zuversichtlich an. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Pass auf, wir machen das so. Du wirst mit den Verdächtigen sprechen. Ich halte mich im Hintergrund. Du kommst nicht mit? Ich kann hier gerade nicht weg. Die erste Befragung wirst du alleine machen müssen. Aber dann gehört mein Schwert ganz dir. Wer sind die Verdächtigen? Der erste auf der Liste ist Barin. Ein ziemlich fauler Drückeberger. Solange ihn keiner treibt, verbringt er seine Zeit am liebsten mit Faulenzen im Wald. Der zweite ist Torgal, ein Bär von einem Mann. Er hält sich meist im Land Abessa auf. Geron hat sich erst kürzlich von uns abgewendet und macht sein eigenes Ding draußen im Wald. Sehr verdächtig, wenn du mich fragst. Zuletzt sind dann auch Eador und Rock. Der eine ein Neuzugang, der andere noch nicht ganz trocken hinter den Ohren. Sie sind allesamt immer viel unterwegs. Es wird nicht leicht, sie zu finden. Wie sieht deine Strategie aus? Nun, zuerst müsste man sie fragen, wo sie zur Tatzeit waren. Und dann? Keine Ahnung. Ich lass mir was einfallen. Da habe ich keinen Zweifel. Ach ja, gut. Warum ist das hier blau? Heilerin. Die ich nicht ansprechen kann. Okay, ähm. So, äh. Gucken wir nochmal. Ich muss mich immer noch... Schlangenbiss, rostige Axt. Die haben wir ausgerüstet. Hallo? Wir haben die Waffe eines Klerikers. Das wusste ich ja gar nicht. Ach, fehlendes Talent. Oho. Okay, Explosionswork. Mhm, 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 mhm. Wir haben zwei Lernpunkte. Was sind denn Lernpunkte? Das wird noch was werden. Okay. Da habe ich noch nichts. Okay. Kontakt. Äh, Rache für... Boah. Gefährten. Zahn und Edan. Ähm. Vogelfrei. Äh, 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 verbündete aus Mittelalter. Kontakt. Ragnar ein besonderes Trophäe in seinem Besitz hat. Ein Schild aus Verständnis. Er will, dass es... Ich es ihm bringe. Was zu tun. Es gibt immer was zu tun. Ragnar sagte, es gibt immer was zu tun. Darum soll ich den Setzer Idor aufsuchen. Da dieser scheinbar ein paar Probleme hat, wenn ich das getan habe, soll ich ihm Bericht erstatten. Idor soll sich im Umland bei einem entlegenen Weltenherz im Süden von Goliath aufhalten. Ja, genau. Aufbruch zu fernen Ländern. Das weiß ich auch noch. Clan-Streit. Ähm. Soll ich nicht erstmal jetzt auch hier... Hm. Hm, 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 hm. Was ist denn... Wieso geht das jetzt hier so weiter durch, so? Hallo? William? Ach so, das sind... Wir werden bestimmt diese Waffenschmiede. Genau. Moment. Äh, nochmal gucken. Äh, dann puste ich sie weg. So, den brauchen wir ja nicht. Äh, Refuge um das... Zipadressen sind... Hm, hm, hm. Äh, Zahn um Zahn. Indizienbeweise. Idor. Mit Idor muss ich sowieso reden. Clan-Streit. Die zweite Wache. Katas Tagebuch. Pass auf. Ich hatte hier doch gerade, dass er sich zu Idor gehen muss. Ich muss ja eh sowieso zu Idor. So, ich gehe jetzt als erstes zu Idor. Fragen wegen des Mordes. Aha, hier werden sie mir schon angezeigt. Boah, es ist aber echt am Arsch der Welt überall, ne? Ach, ich muss mal kurz durchgucken. Es ist... Ich blicke hier gerade irgendwie nicht durch. Auch wenn das für euch vielleicht... Okay, das ist sehr am Arsch der Welt. Gestohlene Gerätschaften geht auch noch nicht. Indizienbeweise. Krieger, Berserker. Also Befragungen. Gut, das haben wir auch gesetzt. Was ist der Berserk haben? Clan-Streit. Huch. Ah. So, also ich mache jetzt erstmal Clan-Streit. Von ihm habe ich das bekommen. Und dann muss ich... Den anderen zur Rede stellen, der das mit den Krähen ist. Oder... Ja genau, mit den Krähen oder mit den Raben. Der ist drauf. Mana-Pflanze sammeln. Was soll das denn jetzt werden? Was denn? Ich habe da nur eine Mana-Pflanze gesammelt. Irgendein Problem? Wer bist du denn? Du siehst groß aus. Ist das nicht Kaldrin? Kommt mir bekannt vor. Sollte ich dir nicht was fragen? Sei vorsichtig beim Mana-Schrein. Es gibt schon so genug Verzögerungen bei der Elex-Umwandlung. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass jemand dorthin einfällt und die Mana-Produktion aufhält. Also nimm den Rat eines Heilers an und pass auf, was du hier anstellst. Was genau ist ein Heiler? Du hast Glück, dass hier gerade wenig los ist, sonst hätte ich keine Zeit, dir deine Fragen zu beantworten. Man nennt uns Heiler, da wir die Welt heilen. Wir heilen sie von der Verseuchung des Elex. Wir überwachen die Elex-Umwandlung hier am Mana-Schrein und verarbeiten das Elex zu Mana. Und da dieser Vorgang sehr komplex ist, ist er auch sehr empfindlich. Danke für die Warnung, ich werde aufpassen. Jemand mit Verständnis? Das ist gut. Sei einfach vorsichtig. Ich habe als oberster Heiler schon genug Sorgen. Das Überwachen der Elex-Umwandlung hier am Mana-Schrein birgt einige Gefahren. Also wäre es schön, wenn du mir nicht allzu sehr in die Quere... Moment mal. Ich spüre da etwas. Was bist du? Deine Präsenz. Sie verzerrt das Mana-Feld. Es ist fast so, als wärst du... Nein, aber so siehst du gar nicht aus. Ich bin ein Alp. Dich verraten oder wovon redest du dich nicht verraten? Nee, nee. Wovon redest du? Ich kann nicht genau mit dem Finger darauf zeigen. Naja, vielleicht täusche ich mich auch. Die Kunst, das Mana-Feld richtig zu deuten, ist keine sehr genaue Kunst. Was führt dich zu mir? Zeig mir deine Waren. Was macht ihr mit dem Mana? Unser Mana ist alles. Es ist das Leben selbst. Durch Mana sind wir in der Lage, mächtige Magie zu wirken. Kein anderer Mensch auf Magalan kann sich mit uns messen. Wenn man uns nicht kennt, mag man denken, dass wir schwach sind, vielleicht sogar zurückgeblieben, aber da liegen sie falsch. Durch das Mana können wir stärker und mächtiger werden als jede Maschine, die die Alps uns entgegensetzen. Aber es macht uns nicht nur stark, es bringt auch die Welt zum Erblühen. Sieh dich um. All das ist das Werk unserer Weltenherzen. Weltenherzen? Du bist wissbegierig. Das ist gut. Unsere Weltenherzen sind Pflanzen, die mit Mana angereichert sind. Sie allein schaffen es, zerstörtes Land wieder zum Erblühen zu bringen. Ganz Edan ist somit das Ergebnis harter Arbeit. Du spürst das Mana? Allerdings. Ich arbeite schon sehr lange hier am Mana-Schrein, sodass ich inzwischen spüre, wenn das Mana durch die Präsenz von Elex verunreinigt wird. Ich spüre es, wenn zum Beispiel jemand mit einem Meteor-Splitter voller Elex am Mana-Schrein entlang geht. Die Präsenz von Elex zu spüren, fällt mir leichter, wenn viel Mana um mich herum ist. Dann wird das Feld eindeutiger verzerrt. Gib mir Mana für reines Elex. Zeig mir deine Waren. Was genau ist deine Aufgabe? Wie ich bereits erklärt habe, als der oberste Heiler hier in Goliath sorge ich dafür, dass der Mana-Schrein ausreichend mit Elex versorgt wird. Das Mana, das hier erzeugt wird, ist die Quelle unserer Kraft und allen Lebens hier in Edan. Wir sind die Heiler der Welt. Ohne unser Mana wäre ganz Edan nichts weiter als Wüste. Die Werker bringen das Elex zu uns und wir transformieren es am Mana-Schrein, um dann mit Hilfe des Manas Magie wirken zu können. Und wenn sich alle an diesen Prozess halten würden, gäbe es auch keine Probleme. Wie genau schafft ihr es, mit Hilfe von umgewandeltem Elex zu zaubern? Nur der Pilger selbst weiß um die Kraft des Manas. Wir benutzen es nur, aber niemand hier weiß wirklich, wie es funktioniert. Mana einzunehmen, öffnet deinen Geist. Es befreit eine Kraft in dir, von der du nicht einmal geahnt hast, dass sie da war. Wieso werdet ihr von dem Mana nicht so verändert wie die Alps von Elex? Immerhin forschen wir schon seit über 50 Jahren an unserem Mana. Außerdem ist es ja nicht so, als würde das Einnehmen von Mana uns nicht verändern. Nur eben anders, als es bei den Alps der Fall ist. Wenn du einen Berserker zaubern siehst, dann achte mal auf seinen Arm. Auch wir mutieren. Aber im Gegensatz zu den Alps tun wir das kontrolliert. Es gibt Probleme bei der Elex-Umwandlung? Ja, es verschwinden leider immer mal wieder Elex-Pakete. Diese Elex-Pakete sind eigentlich zur Umwandlung am Mana-Schrein in Mana gedacht. Letzte Woche sind schon wieder fünf Pakete verschwunden. Und zusammen mit dem Elex auch eine unserer Wachen. Sein Name ist Kral. Hat Kral das Elex gestohlen? Ich vermute, dass Kral der Dieb ist. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich kann hier nicht weg. Ich bräuchte eigentlich jemanden, der nach ihm sucht. Was bekomme ich dafür, wenn ich dir helfe? Meine Stimme hat hier in der Stadt großes Gewicht. Ich kann also ein gutes Wort für dich einlegen, falls du dich uns anschließen möchtest. Aber das ist nicht alles. Wenn du willst, kann ich dir Elex-Heat geben. Hier fallen immer mal wieder einige Splitter ab. Bei der Umwandlung von Elex in Mana gibt es immer ein bisschen Schwund. Und von diesem Schwund könnte ich dich ordentlich entlohnen. Also, wirst du mir helfen? Ja, natürlich. Ich werde den Elex-Dieb Kral für dich finden. Wirklich? Nun, das wäre großartig. Vielleicht solltest du noch wissen, wo er sich häufig aufgehalten hat. Als Wache vom Clan der Nebelkrähen hatte er freien Zutritt zu allen Bereichen hier in Goliath. Ich weiß zufällig, dass er sich häufig auf den Balkonen oben im Haupthaus herumgetrieben hat. Er hat mir mal erzählt, dass er öfter die Aussicht da oben genießt. Vielleicht findest du dort ja etwas. Gib mir Mana für reines Elex. Gerne. Tausche Elex gegen Mana. Dreimal Elex. Mir fehlt noch etwas. Zeig mir deine Ware. Sicher. Zeig mir deine Ware. Anleitung Haltrank. Waffen hat er nicht. Rüstung hat er auch nicht. Er hat nichts Schönes für mich. Ich will da mal rein. Ich will mal gucken. Und da soll ich jetzt nicht reinfallen. Jo. Oh, ich darf das nicht aufheben. Das ist voll verboten. Sieht schon cool aus. Ähm, auch wenn ich jetzt da oben auf den Balkon eigentlich rauf müsste, ich gehe jetzt trotzdem erst zu meinem gelben Punkt. Und? Ach so. Quatsch. Eldur. Ich. Okay. 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 Okay, komm. Das ist ja auch so geil, ne? Die Gesetze der Schwerkraft haben überhaupt keinen Einfluss mehr. Mega cool gemacht. Hat mich hier gerade was angeknurrt? Boah, du Scheiße. Wow. Wow. Was machen die hier? Oh, Scheiße. Äh, nein, 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 nein. Hey, 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 hey. Nein, nein. Ach du Scheiße. Schitte. Der verfolgt mich, der Typ. Scheiße. Ich wollte denen ja nicht wehtun. Wo ist denn hier der gelbe Punkt? Verfolgt der mich immer noch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt nicht mehr. Erkennst mich jetzt nicht mehr, ne? Nein. Ich wollte dich überhaupt nicht treffen, du Idiot. Ich hab gehört, du machst Ärger. Wovon redest du? Mir ist zu Ohren gekommen, dass du Ärger mit dem Eisen-Clan hast. Ärger mit dem? Das ist ja wohl die größte Untertreibung seit dem Untergang der alten Welt. Ich und meine Jungs bekommen bei Ora nichts mehr zu trinken. Und warum? Weil wir zum Hammer-Clan gehören. Wie soll ich mich denn nach der Arbeit entspannen, wenn wir hier nichts mehr zu trinken bekommen? Wer sind deine Jungs? Naja, die meisten anderen vom Hammer-Clan eben. Wieso willst du das wissen? Cormac schickt mich. Ich soll der Streiterei ein Ende machen. Na dann viel Glück mit dem Holzkopf Oran. An uns liegt es nicht. Du findest Oran weiter oben, in der Taverne. Falls du es wirklich schaffst, ihn umzustimmen, dann sag mir Bescheid. Ich könnte mal wieder einen ordentlichen Schluck vertragen. Äh, ja. Achso, jetzt wird mir das gleich direkt wieder das Neue angezeigt, wo ich denn jetzt hin muss. Okay, das ist cool. Aber Hammer eigentlich gerade. Das war ja wirklich aus Versehen, dass ich den so leicht verletzen kann. Also ich finde es ein bisschen blöd gemacht, dass man die überhaupt verletzen kann. Weil der stand ja jetzt auch voll im Bild. Das war ja auch noch nicht meine Absicht. Ja. Ähm. Spiel mit deinem Techzeug woanders rum. Sei ruhig hier. Äh, den Kruk will... Oh. Andersrum? Hier ist ne Taverne, ist ja krass. Versetzerin? Wer bist du? Du bist ein Krieger. Sieh an. Der nächste Frischling in Goliath. Hast wohl wie die anderen die Schnauze voll, wie? Was hört dich her? Gehört dir die Taverne? Ganz richtig. Möchtest du etwas trinken? Kennst du einen Berserker namens Alva? Ja. Der Arsch hat hier vor ein paar Tagen die halbe Taverne mit seinem Kumpel Argor auseinandergenommen. Nebelcreme-Pack. Die zwei haben sich so hart besoffen, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe Alva seitdem nicht mehr gesehen. Wenn du ihn findest, sag ihm, dass er sich hier nie mehr blicken lassen soll. Weißt du, wo er sein könnte? Nein. Und ich will es auch nicht wissen. Aber vielleicht fragst du mal seinen Saufkumpan Argor. Er ist die Wache, die auf den Schrott im Schlund aufpasst. Er steht dort mit Sicherheit irgendwo herum. Schrott im Schlund? Erklär mir ein paar Dinge. Was erzählt man sich hier über die Truppenbewegung der Alps? Nun, es heißt, dass sie vor ein paar Tagen sehr aktiv gewesen sind. Der Elexitor Kallax hatte wohl ein gewisses Interesse an der alten Observierungsstation, da oben im Westen. Kallax, sagst du? Weiß man, wo er gerade ist? Na ja, es heißt, er sei wieder in den Norden gezogen und hat seine ganze Truppe mitgenommen. Seitdem ist er nicht mehr aufgetaucht. Wie weit reichen deine Informationen über den Norden? Kaum weiter als in die ersten Grenzgebiete vom Hochland Abessa da oben. Wir Berserker sind gut beraten, wenn wir uns nicht zu weit bis ins Eisland vorwagen, wenn du mich fragst. Kaum jemand, der den Eispalast der Alps je gesehen hat, ist lebend von dort zurückgekehrt. Du kennst jemanden, der schon bis zum Eispalast der Alps vorgedrungen ist? Hm. Du solltest dich besser nicht für solche gefährlichen Dinge interessieren. Ich denke, es ist besser für unsere Beidergesundheit, wenn wir jetzt das Thema wechseln, okay? Wie das? Edan ist im Gegensatz zur Wüste oder den weiten Xarkoas sehr bewaldet. Wenn du also auf der Jagd bist, ist es gut, wenn du mit deiner Umwelt verschmilzt. Zu viel Metall ist einfach zu auffällig und schreckt die Tiere auf. Und wenn es nicht um die Jagd geht? Du meinst im Kampf? Da schützt sie genauso gut wie die anderen Rüstungen. Was du hier siehst, ist nicht nur einfacher Stoff und Leder. Unsere Rüstungen sind durchzogen mit der Macht des Manas. Solange wir Mana haben, sind wir geschützt. Die Geschichte der Berserker interessiert mich. Unsere Geschichte? Tja, ich habe nicht genügend Bier, Intus, um dir alles aufs Brot zu schmieren. Was du wissen solltest, ist, dass die Gründer unserer Gemeinschaft einfache Leute waren. Leute, die wussten, dass man in die Hände spucken muss, um zu überleben. Maschinen hatten sie nicht. Und diese Erkenntnis zieht sich bis heute durch. So, ich kriege schon einen trockenen Hals vom Quatschen. Wenn du mehr wissen willst, sieh dich nach ein paar Büchern um. Außer du kannst nicht lesen, aber das ist dann nicht mehr mein Problem. Der komische Typ, der steht voll im Wilch. Edan ist anders als der Rest der Welt. Du sprichst ein Thema an, das mich mit Stolz erfüllt. Ich selber habe die Landesgrenze zwar nie verlassen, aber es muss schlimm da draußen aussehen. Wir aber konnten mithilfe unserer Weltenherzen den Boden wieder fruchtbar machen. Was du in Edan siehst, ist das Ergebnis jahrzehntelanger harter Arbeit. Selbst einige Pfade mussten wir von Hand anlegen. Kein Vergleich zu der Zeit, als der Meteor einschlug. Zumindest erzählt man sich das. Der Hammer-Clan schickt mich. Na großartig. Was willst du? Du wirst den Hammer-Clan ab heute wieder bewirten. Interessante Geschichte. Erklärst du mir auch noch, warum ich das tun sollte? Berserker müssen zusammenhalten, Persönlichkeit 3, Suggestition. Was ist denn eine Suggestition? Du wirst den Hammer-Clan wieder bewirten. Wahrscheinlich so eine Art Bedrohung, weil ich dir sonst den Schädel spalten muss. Okay, das ist was anderes. Vielleicht stimmt dich dieses Elixit um. 500 Splitter, wow. Versuchen wir es mal so. Nein! 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 Hey, du wirst dir als Verbrecher gesucht. What? Melde dich umgehend bei Ragnar, wenn du nicht noch mehr Ärger willst. Guck mal, das war... Das war keine Absicht, bitte. Bitte. Das war echt... Das war wirklich keine Absicht. Na gut, Leute, ich muss Schluss machen. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und sage Tschüss.